So, hallo zusammen. Hier ist wieder der Sarge und ich habe gerade eine Lust auf Elite Dangerous und ich habe mir gedacht, ihr dürft dabei sein. So, wir befinden uns hier im System COSKIT. Dann schauen wir uns das System mal an. Na? Na? Jetzt. Okay, das ist übersichtlich, würde ich mal sagen. Wir befinden uns dort. Ja, und ich möchte nochmal zur... Zum Navigationsdingster fliegen. Genau da hin. Denn ich habe nochmal ein bisschen Lust auf Action. Ja, es wird auch bald mal Zeit für ein Fazit. Ich denke, das könnte man jetzt schon mal andeuten, dass mir Elite Dangerous einigermaßen gefällt. Ja, das klingt jetzt etwas kritisch. Ja, ich stehe mir auf Spiele, die die ganze Zeit Spaß machen. Wo ich auch mal gerne acht bis zehn Stunden lang spielen kann, beziehungsweise möchte. Ja, und das habe ich hier nicht. Ja, und das habe ich hier nicht. Aber, ähm, es ist nur noch kurz, weil ich, äh, die Kämpfe bringen mir Spaß. Und, ähm, das macht mir alles hier nicht so viel Spaß, aber solange das Kämpfen Spaß macht, warum nicht? So, schauen wir mal, ob wir den ein oder anderen Kampf noch bekommen. Wie sieht unser Geld aus? Knapp 600.000. Ja. Ja. So, schauen wir mal, ob wir die Oren schicken können. So, schauen wir mal, ob wir noch mal in den Jörgland schicken können. Ehm. 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 Das ist ein wenigstens, ein wenigstens, ein wenigstens, ein wenigstens. Aber da haben wir es auch. Das ist ein wenigstens. Das ist ein wenigstens, ein wenigstens. Alles klar, Rock'n'Roll! Wir haben auch ein wenigstens, ein wenigstens. Scanner raus. Scannen wir das ganze Schiff. Okay. Die scheint sauber zu sein. Das ist der Begleitschutz, der wird auch sauber sein. Oh, tödlich. Da hat aber einer in die Tasche hingewiesen. Das ist nicht mal witzig, der Begleitschutz. Mich wird immer interessieren, was die so geladen haben. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich ein Kühner wäre. Schaut da einer von rechts? Schießt der vielleicht? auch anders. Ja, das ist der Begleitschutz. Oh ich werde meinen kann stabilieren. Ganz normal sauber sein. Und da hängt es nicht nur das. Noch mal lassen. Oh, das ist doch wieder so. Ja, dann. Ups. Oh, das ist doch wieder so. Oh, das ist doch wieder so. Oh, das ist doch wieder so. Oh, okay. Er ist auch gesucht, das ist ja schön. Oh, das ist doch wieder so. Oh, das ist doch wieder so. Oh, das ist doch wieder so. 50.000, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Oh, das ist doch wieder so. Ich habe nichts zu viel weg. Ja, ja. Action, action. Okay, Hauler. Oh, gesucht. Ich habe nichts. Das ist doch gut. Dann werden Sie hier alles kosten. Oh, das ist doch sicher. Das war jetzt ja nicht sehr gut. Das ist einer von den Geilen, die sich über mich stürzen, wenn ich mal ganz kurz gesucht werde, weil mir irgendjemand in den Laser fliegt. Was ist denn das denn da? Na, die bleiben also sauber. Na gut, was soll denn dort? Oh, da schießt er. Da schießt er meistens gesucht. Perfekt. Der wird aber nicht gesucht. Das ist der föderale Sicherheitsdienst. 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 Die Dämpen ist vor guter. Das ist der Sankt, das ist der föder Held. Das ist der Wettbewerb. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, gesucht er hervorragend Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich mag das, wenn sie zurückschießen Weich dich spielen mag ich auch Ich weich dich aus Volle Schilde, warum soll ich ausweichen? So, was haben wir da? Und du Dank. Wer ist Under Attack? Hör mal auf. Was ist das für eine Meldung? Under Attack. Ich gar nicht. Das ist der da hinten vielleicht. Nee, ich glaube nicht kaum, dass der so gut ist. Das ist der letzte Meldungsschiebteil. Hat er gekämpft? Ach, jetzt haben wir Meister. Das machen wir jetzt mal sehen, ob das sauber heißt. Okay, der ist sauber. Oh, was schießt denn da? Kommt von irgendwo... Da schießt er hin. Ah, der Scheidner. Das ist ein Kampf gegen eine Weiber, das wäre es jetzt mal. Das ist jetzt mal auf die Fresse. Ja, ich würde das jetzt nicht gerne. Oh. Ich komme. Der Turret ist weg, wasser? Der Turret ist weg, wasser? Das ist ein Kampf gegen die Dichtung. Oh, shit. 14. 14. Ja, Mann. Auch gesucht. Ja, noch der Weiber, Herr Bogen. Die schnappen wir uns noch. Keine Schilde. Ja, wir gehen. Scan detector. Hmm. Hey! Jetzt! Vier Routen hat nur... Da ist nur einer gerade reingefogen. Ich habe schon befürchtet, dass ich da eine Strafe bekommen habe. Das könnte ich nicht mehr machen. Oh ja! Na ja! Na ja! Na ja! Na ja! Na ja, wie geht's das? Unter attack. So, die Schilder sind fast weg. So, eine Seite noch. Na ja?! So, andere Steine ist. ganz oft jetzt nicht ein kratzer habe ich abbekommen so gehört sich das So, jetzt ist es noch Spaß. Ne, wir gehen los hier. Da muss da irgendwo was noch aufs Start sein. Da fliegt was, da fliegt was, da fliegt was. Echt sauber. Auch sauber. Jetzt kommt schon ein Verbrecher noch. Ach, da war es noch eine Action-Folge, genauso wie ich das. Oh, sind alle weggejumped. Weg in den Traum. Gut, da war es grad Titan. Okay, dann wollen wir doch mal ganz gut. Das sammeln wir doch mal auf. Da hängt einer vor Schreck seine Ladung verloren. Obwohl die Frachtluke ist zum Schuss, aber das geht natürlich auch. So, was wir hier drinnen. Gallium. Wie gut geschickt ist, können wir mal mitnehmen. Oder zerstören. Auch. Ach. Ja, mit der Frachtluke bin ich nicht so... Der... Zeig mal, ne? Was wird der denn? Was wird der denn? Ach, nee. Ernsthaft. Das ist schlussend. Sher Kerry ich im дом. Ja, was ich jetzt noch mal genau. Ernsthaft. Was ist er? Ist das jetzt schon mal? Was ist das jetzt noch mal mitnehmen? Oh, was geht das jetzt? Jetzt noch mal. Ich habe mal einen. Jetzt dann noch. Oh, wie geht das aus? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, mit wie viel wollt ihr denn noch auf mich gehen? So, jetzt haben wir hier nochmal Tja, leider habe ich die Container zerstört, ich depp, aber gut Da hinten fliegt noch was Na, fliegt da noch was? Da gibt es anscheinend weg Da ist noch was reingesprungen Komm zu Daddy, yo Oh, da ist noch mehr Da ist noch was los jetzt Na, ah, jetzt hat er eine ASP Ui, ui, ui Und eine Viper Okay, dann holen wir uns die ASP Da müssen wir mit Die Ausgabe Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Irgendwer schießt da auf mich 49.000, so wer schießt da jetzt? Wer hat da auf mich geschossen? Ja Ich bin der Igel Meine Schilder sind da, deine nicht Ich bin der Igel Ich bin der Igel So, und was haben die jetzt fallen lassen? Das war doch auch mal irgendwas Das war nichts Das war doch Nix, okay Ja, dann würde ich sagen Hier machen wir mal einen Break Und ich bin wirklich zufrieden Das war jetzt durchgängig Geile Kampf-Action So mag ich das Und ihr hoffentlich auch Also bis dahin Ich bin raus Ich bin der Igel Ich bin der Igel Ich bin der Igel